Musik Ich bin Justus, 10 Jahre alt und ich gehe jetzt auf den Schulhof und zeige, was ich am liebsten mag. Das ist das andere Gebäude der Schule. Das ist das eine Gebäude und das das andere. Und das ist die Sporthalle. Das ist mein Lieblingsort in der Schule. In der Schule bin ich glücklich, wenn wir schwimmen oder Sport haben, weil das sind meine Lieblingsfächer. Da oben, das ist mein Klassenzimmer und meine Klassenlehrerin heißt Frau Warr. Und bei der bin ich sehr glücklich. Wenn ich mal keinen Bock habe in der Pause mit jemandem zu spielen, dann ruhe ich mich meistens auf die Steine hier aus. Und da sind die Toiletten. Da die Jungs und da die Mädchen. Das ist, da ist die Damaris und daneben Jalida. Und Damaris hat mir geholfen, mein Basketball. Das blaue Fahrrad dort ist mein Fahrrad. Wir hatten heute nämlich Fahrradübung und nächste Woche haben wir die Prüfung. Hier gibt es immer das leckere Mittagessen von Ute. Da ist der Ofen. Hier sind die Tische. Hier ist der Ruhrraum. Mit auch einem lieben Kollegen. Mit Bastian. Und er macht gerade was mit anderen Kindern. Hier ist die Mädchenkarte. Und hier ist das Büro von Monika. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen, meine lieben Gäste. Bis zum nächsten Mal.